In diesem Kapitel wird der grundsätzliche Aufbau eines Faserverbundwerkstoffes erklärt. Es wird auf die einzelnen Bestandteile eingegangen und erläutert, woher die besonderen Eigenschaften von Faserverbundwerkstoffen kommen. Bestandteile Faserverbundwerkstoffe bestehen aus den Fasern und der Matrix. Die Fasern werden in die Matrix eingebettet. Wie sind die Komponenten, Fasern und Matrix aufgebaut? Die Faser besteht zu 92 bis 99,9 Gewichtsprozent aus Kohlenstoff. Dieser hohe Gehalt wird durch Verfahren wie Dehydration, Oxidation und Karbonisierung des Rohstoffes Polyacrylnitril gewonnen. Eine Faser hat eine Dicke von 5 bis 9 Mikrometern. Und 1000 bis 24.000 dieser Fasern werden zu einem Garn zusammengesponnen, das dann die sichtbaren Stränge bildet. Die Matrix besteht meist aus Duroplasten, die auch als Duro-Meere bezeichnet werden. Deren Gefüge ist eine dreidimensionale Vernetzung der Kohlenwasserstoffketten, wobei nicht nur Wasserstoffbrückenbindungen, sondern auch Kohlenstoff-Kohlenstoff-Knotenpunkte für den festen Verband verantwortlich sind. Duroplaste sind nach der Härtung nicht erneut plastisch formbar. Da die verschiedenen Bestandteile der Faserverbundwerkstoffe aus unterschiedlichen Stoffen bestehen, übernehmen sie auch unterschiedliche Aufgaben, die bei Belastung des Werkstoffes gestellt werden. Die Fasern nehmen die am Werkstoff angreifenden Lasten auf. Die Matrix sorgt für eine räumliche Fixierung der Fasern und überträgt Lasten auf diese. Kommt es zur Druckbeanspruchung, stützt die Matrix die Faser und schützt sie vor Umgebungsmedien. Faserverbundwerkstoffe weisen sehr gute Festigkeitswerte auf. Dies ergibt sich aus den folgenden Zusammenhängen. 1. Ein Werkstoff hat in Faserform eine vielfach höhere Festigkeit als in anderer Form bei gleichem Gewicht. Die Wahrscheinlichkeit von Fehlern im Gefüge ist bei einem dünneren Querschnitt geringer. Daher sind die Fasern sehr stark. 2. Ein Faserverbundwerkstoff kann als Einheit aus Faser- und Matrixspannung aufnehmen, die die Matrix allein als schwächere Komponente zerstören würden. Die stärkere Komponente wiederum, also die Faser, kann im Verbund einen höheren Anteil ihrer theoretischen Festigkeit erreichen, als wenn sie allein belastet würde. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Fasern in die Matrix zu integrieren. Hierbei wird die Ausrichtung der Fasern in einer einzelnen Schicht variiert. Fasern können unidirektional oder multidirektional ausgerichtet werden. Unidirektional bedeutet, dass die Fasern in die gleiche Richtung zeigen. Multidirektional bedeutet, dass die Fasern in verschiedene Richtungen zeigen. Werden mehrere Schichten von Fasern übereinandergelegt, nennt man das Laminat. Laminate können je nach Belastung unidirektional oder multidirektional ausgelegt werden. Dieser spezielle Aufbau unterscheidet Faserverbundwerkstoffe von klassischen Werkstoffen, wie zum Beispiel Metallen. Metalle sind in der Regel isotrop. Das heißt, die Werkstoffeigenschaften sind in alle Richtungen gleich stark ausgebildet. Bei Faserverbundwerkstoffen variieren die Werkstoffeigenschaften je nachdem, ob der Werkstoff in Faserrichtung oder quer zur Faserrichtung oder unabhängig von der Faserrichtung belastet wird. Unidirektional ausgerichtete Fasern sind in Faserrichtung besonders stark, senkrecht dazu aber eher schwach, also anisotrop. Multidirektionale Fasern zeigen in mehrere Richtungen und sind in mehreren Richtungen ähnlich stark belastbar, also isotrop. Zusammenfassung Faserverbundwerkstoffe bestehen aus Faser und Matrix. Die Faser besteht aus Kohlenstoff, die Matrix aus Duroplasten. Die Faser nimmt die Lasten auf, die Matrix gibt die Form. Fasern können alle in einer Richtung oder in verschiedene Richtungen ausgerichtet werden. Je nach Ausrichtungsart der Fasern ist der Werkstoff isotrop oder anisotrop. Faserverbundwerkstoffe 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 Faserverbundwerkstoffe